Mein Name ist Dennis Fortgeschat, ich mache eine ausbildungs- und packendliche Technologen bei der Firma MARA in den ersten Lehrjahren. Hallo, mein Name ist Sascha Kölmer, ich bin Ausbildungsleiter bei der Firma MARA für den Packendtechnologen und arbeite dort seit 21 Jahren. Voraussetzung hierfür ist ein guter Hauptschulabschluss. Zusätzlich solltest du technisches Verständnis und Interesse an moderner Technik haben. Die Dauer der Ausbildung zum Packendtechnologen beträgt drei Jahre. Die Schule findet im Blockunterricht in Stuttgart an der Mannes-Rückenberg-Schule statt und die Fahrkosten werden von der Firma MARA überlaufen. Zuerst bekommt jeder Azubi eine Metallfrontausbildung. Danach findet das Basic-Training im Trainingscenter statt. Wir dürfen früh Verantwortung übernehmen und selbstständig verarbeiten. Außerdem findet während der Ausbildung ein Austausch mit einem Kooperationsunternehmen statt. Wir durchlaufen jede Fachabteilung in unserer Firma. Und auch bei der Übernahme wird früh geplant und auch die Wünsche der Azubis eingegangen. Wir haben eine fast hundertprozentige Übernahmequote und außerdem haben wir viele interne Weiterbildungsmöglichkeiten, bei denen man sich weiterentwickelt. Die Azubis planen einmal im Jahr einen Ausflug, der meistens über das Wochenende geht, in dem alle Azubis teilnehmen und auch die, die im September eine Ausbildung am Start machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von diesen ZDF für funk, 2017 bei jeder забuch quartier,